... hier auf einen Python zu stoßen. Das stimmt. Wir müssen eine feuchtere Höhle mit mehr Fledermäusen suchen. Doch als wir weitergehen wollen, geschieht etwas Unerwartetes. Eine Schlange mag eine Schlange. Das ist eine Cobra. Eine Speikobra. Pass auf deine Augen auf, ganz vorsichtig. Es ist eine Speikobra. Richtig. Sie beißen. Und sie können einem außerdem ihr Gift in die Augen spritzen. Mit dieser Verteidigungstaktik können sie einen Angreifer erblinden lassen und entkommen. Sie können ihr Gift aber auch durch einen Biss abgeben. Wie bei allen Kopras wirkt ihr Gift neurotoxisch. Es blockiert die Nervenimpulse. Wird man von so einer Schlange gebissen, geht es um Leben und Tod. Das Opfer benötigt sofort medizinische Hilfe. Das Gift lähmt die Atmung. Man erstickt. Sieh mal jetzt. Das ist ihr Nackenschild. Sie spreizen ihre Rippen im Nackenbereich zu einem bedrohlich wirkenden Schild. Man sieht es. Pass auf, gleich spuckt sie. Da. Sie spuckt. Ich habe Gift auf der Linse. Die Löcher am Ende ihrer...